Freitag, 24.11.2017, 9.45 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback-Eiff, typi of adi, gleich undefinit, adi.adi, brandet unterstrich schon unterstrich dieser, der frühere nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, soll in der Russland-Affäre zur Kooperation mit Sonderermittler Robert Müller bereit sein. FLY-NNS-Anwälte hätten die Rechtsvertreter des Präsidenten darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht länger mit ihnen über Muellers Ermittlungen sprechen könnten, berichtet die New York Times. if, typi of adi, gleich undefinit, adi.adi, outstream, if, typi of adi, gleich undefinit, adi.adi, Mitte unterstrich 1, dies bedeute, dass Flynn mit dem Sonderermittler kooperiere oder eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit vorbereite, hieß es in dem Bericht. FLY-NNS-Anwälte hatten bislang ihre Informationen über Muellers Ermittlungen mit Trumps Anwaltsteam geteilt. Diese Abmachung sei beendet, berichtet die Zeitung unter Berufung auf vier Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Müller ermittelt wegen mutmaßlich illegaler Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam sowie wegen mutmaßlicher russischer Hacker-Angriffe zugunsten Trumps im vergangenen Jahr. Flynn war im Februar nach nur drei Wochen im Amt wegen dubioser Kontakte zum russischen Botschafter in Washington, Sergej Kislyak, zurückgetreten. Im Zuge von Muellers Ermittlungen waren bereits Trumps früherer Wahlkampfleiter, Paul Manafort und dessen vertrauten Rick Gates unter Hausarrest gestellt worden. Der frühere außenpolitischer Berater von Trumps Wahlkampfteam, George Papadopoulos, bekannte sich früherer Falschaussagen gegenüber dem FBI schuldig und kooperiert mit den Ermittlern.